Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Die Hände hoch! Das gilt für alle! Und jetzt in die Hände klatschen! Mit dem rechten Fuß auf dem Boden stampfen! Lauter! Du schießt in der Tür, hast deinen Koffer gepackt. Ein letztes Mal hast du goodbye gesagt. Deine Tränen verraten, dass du nicht wirklich gehen willst. Ich bin wie gelähmt, ich bin wie geradlos da. Ich sehe Bilder vor mir, wie es ist gestern noch war. Und dann werde ich wach, aus der Oma befreit sag ich dir. Genau dir! Ich geb' dich niemals auf, ich will dich nicht verlieren. Doch irgendwie hab' ich das Gefühl, dass ich dich nicht halten kann. Halten kann. Ich lass' dich niemals gehen. Irgendwie musst du das spüren. Weil du bestimmt bist für ein Leben mit mir. Mit mir, mit mir. Ein letzter Blick, bis ich die Tür verschließ. Wie weit es mit uns schon gekommen ist. Du willst unabhängig und frei sein, wie's mit mir nicht möglich ist. Ich werde nicht weinen, ich werde nicht schreien. Vielleicht ist es besser, alleine zu sein. Immer und immer mehr mach' ich mir klar. Du bist nicht da. Du bist nicht da. Ich geb' dich niemals auf. Ich will dich nicht verlieren. Doch irgendwie hab' ich das Gefühl, dass ich dich nicht halten kann. Halten kann. Ich lass' dich niemals gehen. Irgendwie musst du das spüren. Weil du bestimmt bist für ein Leben mit mir. Mit mir, mit mir. Ich geb' dich niemals auf. Ich will dich nicht verlieren. Doch irgendwie hab' ich das Gefühl, dass ich dich nicht halten kann. Ich lass' dich niemals gehen. Irgendwie musst du das spüren. Weil du bestimmt bist für ein Leben mit mir. Mit mir, mit mir. Weil du bestimmt bist für ein Leben mit mir. Ich lass' dich nicht verlieren.